Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe versucht ein bisschen die Sonne abzudunkeln und ich hoffe es hat halbwegs funktioniert. Ich gucke gerade, also ihr seht, dass ich hübsch bin, so wie immer und das reicht glaube ich auch. Ich habe Urlaub. Tatsächlich das erste Mal seit fünf Monaten. Was bedeutet, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, für welche Themen ihr euch aktuell interessiert, was ich behandeln soll, wo ich mich einlesen soll, was ich zeigen soll. Schreibt es rein und ich versuche euch jeden Tag ein Video zu bringen, abhängig davon, ob ihr gute Vorschläge habt. Und wenn ihr Games live sehen wollt, werdet ihr auch in diesem Urlaub machen. Das ist für mich nämlich Urlaub. Ich bin sowieso jeden Nachmittag online auf Twitch und jeden Vormittag ab 12 für drei Stunden. Das heißt, heute haben wir tatsächlich ein bisschen MB3 gemacht. Mir fehlen noch 5, 6 Tarnungen für die Max-Level-Tarnung. Morgen ist Battlefield dran, 42. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Und ihr könnt sozusagen im Stream vormittags immer abstimmen, was am nächsten Vormittag so ein bisschen laufen soll. Und abends ist es Tag auf. Ihr seid da herzlich willkommen. Das heißt, schreibt hier in die Kommentare, guckt mal bei Twitch vorbei und lasst uns eine gute Gaming-Woche haben. Heute aber X-Defined. Und das, was da abgeht, mittlerweile ist so absurd, dass es mich schon wieder sehr daran erinnert, dass das Game eigentlich etwas tun wollte, was COD schon seit Jahren nicht mehr tut, nämlich vernünftig funktionieren. Nichts davon ist aktuell Tatsache. Tatsache ist aber, das Ganze ist im Chaos. Das Ganze sollte angeblich im Februar released werden, jetzt im März released werden. Wir haben noch, was haben wir noch? Sechs Tage im März. Überraschung, es wird nicht released. Und Tom Henderson, einer der bekanntesten Leaker aus der Szene, mit Charlie Intel zusammen, haben sich so ein bisschen angelegt mit Mark Rubin, der der Hauptentwickler bei X-Defined ist. Und im Hintergrund seht ihr leider nicht mehr die schönste Qualität, weil ich es über ein altes Video von mir runterladen musste. Tatsächlich ein X-Defined-Gameplay aus dem Beta- oder Alpha-Test damals. Leider habe ich nichts mehr so an Sachen übrig, weil die Beta nicht so lange ging, dass man einen Film natürlich aufnehmen konnte. Aber für den Hintergrund habe ich mir gedacht, reicht das für heute. Ich will euch zeigen, was da abgeht und auch die neuesten Infos dazu geben, denn das dürfte einige von euch interessieren, was da gerade passiert. Es gab wohl ein paar Leaks und ein paar Infos aus diesem Entwicklungsprozess bei Mark Rubin und Ubisoft und dem Team von X-Defined, dass diese ganzen Delays, die wir haben, die jetzt schon seit über einem Jahr gehen, basierend darauf sind, dass sie immer wieder versuchen, bevor es released wird, neue Features reinzubringen, die Call of Duty hat. Weil das gesamte Marketing von X-Defined war ja von Anfang an, wir machen, was Call of Duty nicht für euch macht. Das war ja mit dem Marketingbeginn zu MV2. Schlechtes Movement, schlechte Karten, schlichte... War ja alles scheiße. Und dann kam mir aber, bevor X-Defined gedroppt ist, MV3. Und MV3 hat rein von den Gameplay-Mechaniken, von den Karten und so, genau das gemacht, was wir eigentlich alle mehr oder weniger haben wollten. Das heißt, dieses absolute Alleinstellungsmerkmal, was X-Defined hatte, neben wir haben kein SBMM in Public Lobbys, hat plötzlich nicht mehr gezogen. Die Delays kamen, es wurde weiter delayed, es gab den Playtest, da gab es den Input-Controller-Delay und den Maus-Delay. Vieles hat nicht funktioniert. Und seitdem, das ist über ein halbes Jahr, warten wir jetzt drauf. Diese Leaks sagen, dass die immer wieder versuchen, neue Features reinzubringen, die wir aus COD kennen, die dafür sorgen, dass es eben nicht vorangeht. Und darüber hat eben Tom Henderson tatsächlich einen Artikel verfasst. Und hier ist dann Mark Rubin, das ist ja der Hauptentwickler und der Hauptverantwortliche hinter X-Defined. Und einer auf Twitter schrieb dann, stellt euch vor, ihr chased COD, also ihr jagt den Features hinterher, die eine Sache, die wir nicht wollen, neues, erneuertes COD, sondern wir wollen was anderes haben. Und er sagt, droppt das verdammte Game und update es einfach später, ist doch egal. Und Mark Rubin sagt, was mich ehrlich gesagt schockiert, weil nach einem Jahr Delay, kann man ja schon erwarten, dass da nicht nur grundsätzliche Probleme behoben werden, sondern an den Features gearbeitet wird und und und. Und er sagt, nur zu deiner Info über unsere Verzögerung, das hat nichts mit neuen Features zu tun. In fact, wir haben eigentlich vom Gameplay gar nichts geändert. Das heißt, seit einem Jahr kriegen sie es nicht hin, das zu releasen, obwohl sie an dem Game an sich gar nichts geändert haben. Das zeigt schon, wie elementar kaputt das Game eigentlich noch ist und eben nicht, man ist nicht in der Lage, es jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Er sagt, das sind alles technische Probleme, über die wir sprechen und wer auch immer sagt, dass wir irgendwie die Features von COD verfolgen, gibt eine Eye-Roll von mir. Das hat ja Tom Henderson dann behauptet. Und dann geht es eben weiter und er sagt, ey, wenn wir jetzt Killcams hinzufügen würden, an denen wir gerade erst arbeiten, würden wir es noch länger verzögern müssen. Was bedeutet, ein Kernfeature wie ein COD, eine Killcam, die wir seit 20 Jahren kennen, ist in diesem Game noch nicht mal in der Nähe davon, released zu werden. Was bedeutet, wenn der Release irgendwann kommt, wird es keine Killcams geben am Anfang. Die Hauptprobleme, die dann Mark Rubin jetzt eben erzählt, sind wohl, Partysystem hat nicht funktioniert, Netcode war schlecht, Input-Delay für Controller und Maus und das alles sind Sachen, wo sie gerade dran arbeiten. Und Ghost of Hope ist der, der zu MB2, MB3 sehr viele Leaks rausgebracht hat, sagt auch, und das ist meine Meinung in dem Fall, sieht jetzt nicht so geil aus, wenn wir seit einem Jahr Delay über Delay hören und tatsächlich eigentlich nicht mal ein potenzielles Release-Datum haben und das Einzige, was ihr macht, Probleme beheben, die seit einem Jahr bekannt sind. True Reborn, das ist auch ein mehr oder weniger bekannter COD-Spieler, ich glaube, der war bei Face mal vor langer Zeit, ich glaube, sagt im Prinzip auch wieder 1 zu 1 aus, was man sich als normaler Spieler mittlerweile denkt. So viel Delays und so viel Erklärung, warum das alles nicht funktioniert, ist zwar schön und transparent, es sorgt ja aber dafür, dass die Leute solche Erwartungen irgendwann haben, was mit diesem Game eigentlich kommen muss, wenn das Game am Ende tatsächlich aber nur so released wird, wie wir es in der Beta gespielt haben, minus die Probleme, dann ist es vom Content viel zu wenig und nicht mal in der Nähe davon, von dem, was es sein soll. Nämlich, manche sagen ja, COD-Killer mehr oder weniger. Und der Quarterly Report, das hat Activision ja auch, diese Calls von Ubisoft, hat halt gesagt, X-Defined soll am 31. März 2024 released werden. Das war dann sozusagen das nächste offizielle Datum, was wir jetzt schon wieder nicht hinten können, weil es ist eben nicht fertig. Und nachdem Tom Henderson mit einigen Entwicklern von Ubisoft gesprochen hat, berichten die darüber, und die wollen anonym bleiben, weil es uns Ärger gibt, dass sie weiterhin versuchen, eben diese Features von COD in das Game reinzubringen und daran eben scheitern, weil sie sozusagen immer, immer weiter Dinge neu hinzufügen, die nicht funktionieren, anstatt an den Punkt anzugelangen, wo sie das Game halt releasen, mit X-Anzahl an Features und von da aus weiterarbeiten. Dazu kommt, umso länger es dauert, umso mehr kostet das Game in der Entwicklung und nicht vergessen, das Game wird Free-to-Play sein. Was bedeutet, mit dem reinen Release von dem Game werden sie erstmal keinen einzigen Cent verdienen. Und der Abschluss von dem Ganzen ist dann eben, dass das alles nochmal zusammengefasst wird, dass es nochmal einen Playtest geben soll, einen Public Playtest, irgendwann in den nächsten Monaten und dass, wenn man überhaupt vermuten kann, dass dieses Game irgendwann droppt, dass das irgendwann in den nächsten Monaten unter Umständen sein könnte. So wie es aussieht, ist es aber noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt riskieren muss, dass es tatsächlich irgendwie einfach gecancelt wird, was wir bei Ubisoft und anderen Entwicklern auch schon gesehen haben. Aber, und das ist hart für euch alle, ich bin mir relativ sicher, dass wir das neue COD in sechs Monaten oder sieben oder acht Monaten früher sehen als X-Defined in einer fertigen Version spielbar auf Konsolen und PC. Und ich würde jetzt gerade nicht mal darauf wetten, dass dieses Game überhaupt noch irgendwann released wird. Wir sind bei so vielen Delays und so viel Hype wurde gekillt und so viel, auch wenn die Kommunikation transparent ist, im Prinzip haben wir nichts anderes gehört, als wir haben Probleme, wir haben es noch nicht fertig, soll irgendwann kommen. Marco Bean hat gesagt, es wird die nächsten Tage ein neues Update geben über das Ganze und dann werde ich euch selbstverständlich informieren. Das heißt, wenn ihr neue Themen habt, die ihr irgendwie von mir hören wollt, sehen wollt, schreibt es rein in die Kommentare, kommt ihr in den Twitch-Chat, heute Abend Tag auf, morgen Vormittag Battlefield. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus, haut rein.